Moin Moin, zusammen in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du die optimale Bestellmenge ganz einfach ermittelst. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Grundlegend müssen wir erstmal verstanden haben, was ist denn überhaupt diese optimale Bestellmenge. Die optimale Bestellmenge ist die Beschaffungsmenge, bei der die Gesamtkosten am geringsten sind. Somit halten sich die Bestell- und Lagerkosten in Waage. Also im Klartext. Musst du jetzt verstanden haben, okay, was sind denn überhaupt Lagerkosten? Lagerkosten ist, wenn du zum Beispiel so ein Lager hast, weil du ein Produktionsunternehmer bist und da ist ein Regal hinten drin oder ein Kühlschrank oder was auch immer. Und da befinden sich alle deine Werkstoffe oder eben deine Handelswaren drin. Und dadurch, dass du dieses Lager betreiben musst, hast du ja zum Beispiel jetzt Platz, also die Miete, die du für diese Lagerhalle zahlen musst, die Instandhaltung, damit alle Regale dort fit sind, die Böden passen, Temperatur und Co. und die Lagerung an sich. Zum Beispiel musst du einen Kühlschrank betreiben, weil das irgendein Produkt ist, was im Kühlschrank gelagert werden muss und so weiter. Also Lagerkosten sind alle Kosten, die anfallen, weil deine Ware in dem Lager rumliegt. Weil zum Beispiel ein Mitarbeiter, der kostet auch Geld, weil er die Ware ein- und auslädt und so weiter oder hin und her verschiebt. Und Bestellkosten auf der anderen Seite sind zum Beispiel, wenn du irgendwo Ware bestellst, dann hast du Versandkosten. Das heißt die Verpackung oder der Transporter, der das von A nach B fährt. Und genau das möchte man in der Waage halten. Also am Endeffekt hat man da immer dieses Problem, dass du hast eine Möglichkeit, du kannst selten in großen Mengen bestellen, dann sind deine Bestellkosten sehr niedrig, weil eben der komplette LKW voll geballert wird, der fährt zu dir, der muss nur einmal fahren und gut ist. Also du musstest nur einmal den Transport zum Beispiel bezahlen. Aber dein Lager ist total voll. Du brauchst viele Mitarbeiter, die sich darum kümmern, viel Platz nimmt das Ganze ein und die Instandhaltung ist auch dementsprechend. Also hast du da schon das Problem, entweder bestelle ich selten und in großen Mengen, habe aber dann hohe Lagerkosten, aber niedrige Bestellkosten. Oder das zweite Szenario ist, ich bestelle häufig, aber in kleinen Mengen. Da habe ich dann den Vorteil, dass ich natürlich niedrige Lagerkosten habe, weil ich nur ein kleines Lager brauche. Das Problem ist aber, dass dann der LKW nicht nur einmal zu mir fährt, wie vorhin in dem Beispiel gesagt, sondern zum Beispiel 10, 20, 30 Mal. Und jedes Mal, wenn der von A nach B fährt, kostet mich das Ganze Geld. Und das ist im Endeffekt immer das Problem, was du hast bei der optimalen Bestellmenge. Du möchtest gucken, wo habe ich die perfekte Balance zwischen den Bestellkosten und den Lagerkosten. Und das kann man alles mathematisch ermitteln. Und zwar, schau dir das mal an. Die Zahlen müssen dann gegeben sein. Wichtig. Du musst wissen, wie viel brauchst du denn von dem Gut, der Ware oder dem Werkstoff pro Jahr. In dem Beispiel hier 4.500 Stück. Also brauche ich 4.500 Stück im Jahr, um meine Lampen zu produzieren. Dann weiß ich die Bestellkosten pro Bestellung. Also der LKW, jedes Mal, wenn ich die bestelle, kostet mich der Transport 60 Euro zum Beispiel. Und das habe ich auch angegeben. Und zu guter Letzt weiß ich auch, wie viel mich so eine Glühbirne in der Lagerhaltung kostet. Eben pro Stück. Wenn es da auf dem Regal liegt, kostet es mich in der Theorie 8,64 Euro. Das muss alles gegeben sein. Wichtig. Und nun macht man einfach folgendes. Man geht jetzt seit verschiedensten Szenarien durch. Hier habe ich jetzt das Beispiel gemacht. Erst 50 Stück, dann bestellen wir 100 Stück. 150, 200, 250, 300, 350 und 400 Stück. Und dadurch komme ich auf meinen durchschnittlichen Lagerbestand. Wichtig. Hier habe ich dir die ganzen Formeln hingemacht. Den durchschnittlichen Lagerbestand kriegst du immer, indem du deine Bestellmenge, hier die 50 Stück, geteilt durch 2 nimmst. Und das ergibt dann die 25. Nächstes Beispiel hier. 300 geteilt durch 2 ergibt 150. Und schon habe ich den durchschnittlichen Lagerbestand. Nun ermittle ich die Anzahl an Bestellungen, da ich 4.500 Stück an Glühbirnen brauche. Und jetzt seit pro Bestellung 50 Stück geliefert bekomme, nehme ich einfach meine benötigte Menge, die 4.500. Das ist hier, benötigte Menge pro Jahr, geteilt durch die bestellte Menge, also die 50. Und dadurch komme ich in dem ersten Szenario, wenn ich immer 50 Stück bestelle. Und dadurch durchschnittlich im Lager 25 Stück habe, dann bestelle ich im Endeffekt 90 Mal. Und dadurch kann ich dann meine Bestellkosten ermitteln. Weil ich weiß ja, alles klar, pro Bestellung zahle ich ja 60 Euro hier. Wenn ich jetzt 90 Mal im Jahr bestelle, mache ich 90 mal 60, dann komme ich auf 5.400 Euro. Dieses Jahr, wenn ich jedes Mal 50 Stück bestelle an Glühbirnen, zahle ich insgesamt Bestellkosten von 5.400 Euro. Das Schöne aber daran ist, siehst du ja hier, die Lagerhaltungskosten sind sehr gering, weil ich natürlich nur 25 Stück im Durchschnitt, das nimmt man halt so an, in meinem Lager dann rumliegen habe. Also, um auf die Lagerhaltungskosten zu kommen, nehme ich den durchschnittlichen Lagerbestand, die 25 in dem Beispiel, mal die Lagerhaltungskosten pro Stück, also 8,64 Euro. Und dadurch komme ich auf diese 216 Euro. Und wenn ich jetzt die Bestellkosten plus die Lagerhaltungskosten miteinander plus rechne, komme ich auf meine Gesamtkosten. Also im ersten Szenario, wenn ich 50 Stück pro Bestellung mache und dadurch 90 Bestellungen im Jahr eben ausführe, dann zahle ich Gesamtkosten an Lager plus Bestellkosten 5.616 Euro. Und das ganze Spiel gehe ich jetzt einfach durch. Ich gehe immer von wenig zu mehr Stück, die ich bestelle. Und dann siehst du schon, aha, meine Bestellkosten werden geringer. Klar, weil der Lkw seltener fahren muss. Das Problem ist aber, meine Lagerhaltungskosten steigen dann im Gegensatz dazu, weil natürlich mehr in meinem Lager dann im Durchschnitt liegt. Und nun gibt es eben einmal diese Waage, sozusagen einen Einklang, wo die Gesamtkosten am geringsten sind. Und das ist bei 250 Stück. Wenn ich 250 Stück bestelle, und dadurch habe ich immer durchschnittlich die Hälfte, 125 Stück im Lager, habe ich 18 Bestellungen im Jahr auszuüben, zahle dadurch Bestellkosten insgesamt von 1080 Euro, habe auch Lagerhaltungskosten, zufälligerweise übrigens, von 1080 Euro. Die müssen nicht immer gleich groß sein. Das ist jetzt auch dann ein Beispiel zum Schluss. Und dadurch, wenn ich die beiden Plus rechne, komme ich auf 2.160 Euro. Und das ist der geringste Betrag. Schau, hier sind es 2.214, 2.160 ist geringer, und dann steigt es aber plötzlich schon wieder. Also merkst du, du musst bei der optimalen Bestellmenge, zum einen diese Infos musst du gegeben haben, und dann gehst du einfach das Ganze immer in gewissen Schritten nach unten. Dann nimmst du einfach das, wo die Gesamtkosten am geringsten sind. Und dann ist hier die Lösung, die optimale Bestellmenge ist immer 250 Stück. In der Realität sieht das ein bisschen ganz anders aus. Wir machen das wirklich in einer Excel-Datei, also in so einer Art Rechenprogramm, und dort machen wir das wirklich für Stück für Stück. Also wirklich von 1, ich bestelle immer 1, das unrealistisch ist, bis zum Beispiel 4.500 Stück. Und ich rechne das Ganze automatisch runter. Das macht dieses Programm für mich. Und auch da siehst du, aha, hier mache ich 249, das ist noch teurer, um 2 Cent, und dann ist das der geringste Preis. Also nur für dich, falls du das mal wissen willst, so macht man das dann in der Realität, wirklich für jedes Stück einzeln runter in dieser Tabelle. Natürlich kann man das Ganze auch grafisch dann eben sehen. Hier sieht man jetzt hier, das ist eine Linie, die mir die Lagerhaltungskosten anzeigt. Und das macht ja auch Sinn. Umso mehr Stück ich bestelle. Hier sind 50 Stück, hier 100. Also man merkt, auf dieser Achse steigen die Anzahl an den Produkten, die ich im Endeffekt bestelle, pro Bestellung. Aber dadurch steigen ja auch meine Lagerhaltungskosten, weil ich immer mehr im Lager dort sitzen habe. Meine Bestellkosten, die sinken deswegen, weil hier bestelle ich ja jedes Mal 50 Stück, darum muss ich sehr oft bestellen, darum habe ich sehr hohe Bestellkosten. Und so mehr ich immer pro Bestellung bestelle, desto seltener muss der LKW fahren, um desto weniger Bestellkosten habe ich. Und dort, wo sich die Bestellkosten und die Lagerhaltungskosten schneiden, dort ist dann die optimale Bestellmenge. Und zufälligerweise, das ist richtig so, sind auch, wenn man die Gesamtkosten sich dann anschaut, die dann anfangs fallen, aber irgendwann auch wieder steigen, weil dann ist die Lagerhaltungskosten so hoch, dass es sich eben nicht mehr lohnt. Da sieht man den niedrigsten Punkt. Auch da ist die optimale Bestellmenge. Also das ist so eine Möglichkeit, das Ganze grafisch sich anzeigen zu lassen. Und nun in der Realität, macht man das wieder auch Stück für Stück. Und da siehst du es, hier ist es schwierig zu erkennen. Deswegen macht man immer diese Portionsweise 50, 100, 150 und so weiter. Und nicht immer pro Stück, weil sonst guckt man oder rechnet man ewig. Hier habe ich jetzt noch eine kleine Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig, halt das Video an und fülle die folgende Tabelle einfach mal aus. Ich habe dir die Schritte, die Bestellmenge in Stück schon vorgegeben und nun kannst du mithilfe der Formeln das ganz einfach berechnen. Achtung, die Lösung kommt jetzt. Also wenn du das Ganze dann runtergemacht hast, dann siehst du vor allem, wenn du 150 Stück bestellst. Dadurch bestellst du 20 Mal im Jahr, weil wir 3.000 Stück brauchen, habe ich durchschnittlich im Lager 75 Stück, die Hälfte der Bestellmenge wieder, habe Bestellkosten an 1.000 Euro, Lagerhaltungskosten von 900 Euro und die Gesamtkosten sind dann am niedrigsten mit 1.900 Euro. Hier habe ich dir das Ganze noch grafisch dargestellt. Das siehst du auch wieder hier. Aha, hier, da trifft sich das. Das ist nicht ganz genau bei 150. Ich glaube, das wäre noch ein Ticken weitergegangen, aber aufgrund dieser Portionierung von 50 auf 100, 150, 200, bla bla bla, ist das einfach eine schönere Variante und damit kriegst du auch schon den niedrigsten Wert raus. Gut, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Abo, so ein kleiner Klick und unterstütze mich wirklich riesig und dann sind wir uns am nächsten Mal unter. Mach's gut!